Obst du bereit? Ja. Hallo ihr Heimwerker. Jetzt zeigen wir euch mal eine richtige Obi-Hammer-Werbung. So, mal was anderes. Wir zeigen euch, wo der Hammer hängt. Achso, dann probiert es zu Hause nicht aus. Das tut weh. Cool. So, dann muss ich mal den Nagel auf den Kopf treffen. Da bin ich gespannt. Wahnsinn. Ey, Wahnsinn, ich halte es nicht aus. Ich packe es mal. Wahnsinn. Super. Hammerhaft. Und? Hammerhaft. Also ehrlich. Finale der Hammerwerfer. Wie lange hast du das geübt, sage ich mal. Und? War gut.